Ich kann ihm jetzt auch nicht so einen guten Pull geben, denke ich. Ich mach noch einen Auto-Attack und da verpiss ich mich. Ramos schon level 1 in der Lane, restarted Red. Oh Gott, der spielt mit 12 Armor. Also dürfen wir nur gegen den Ramos traden, wenn wir unsere Passive gestackt haben und wenn wir Conqueror Up haben. Oh Gott, und da ist unsere Q schon wieder 10 Sekunden auf Cooldown. Okay, Ramos macht nicht wenig Damage, Lee Sin wird wahrscheinlich Topside-Jungle, deswegen müssen wir da auf alle Fälle aufpassen. Den Kennen holen wir uns mit der E. Man spielt einfach Passive-6 in Schau, Topside kommt. Können wahrscheinlich Ramos dann mit Level 6 töten, weil er kein Flash hat. Ich weiß aber echt nicht, wie viel Damage er macht mit Level 6. Jetzt klebt er mal unseren Pink. Er will bestimmt fürs Scannen gehen. Wenigstens die Experience. Ausbauen, das Wort habe ich gesucht. Der Ramos intet? No, es ist ein Int-er. Toll geil, dass man, wenn man so ein Monster wie Herald oder Nash oder Drake angreift, oder auch generell Jungle Minions, dann kann man mit den Outer Tags den Stack aktualisieren. Im Passive Stack. Bei Lane Minions geht es aber nicht. Verräter aus. Weilen Sie an 10可能ieren. Wir werden auf den Rest, was wir vom Mögel wie vor. Die Reise. Der Nummer ins Gadage. Das ist aber nicht Ihrub Schwan ist. Der Nummer ins Gadage. Ich weiße mich mehr, was ich mache. Der Nummer ins Gadage. Der Nummer ins Gadage. Der Nummer ins Gadage. Triforce ist am Start. Holy shit. Zwölf Minuten Triforce. Juicy, man. Und auch noch Tier, man. Das ist sehr nice. Jetzt können wir Carrying eigentlich. Ich glaube, die wissen nicht, dass ich hier bin. Ja. What? ich wurde einmal gewohnt hatte von lieb aber wir gewinnen das oder so wir haben die glaube ich ja alles gut 1000 1000 gold shutdown für ramos auf also gehen wir einfach titanic können wir uns jetzt schon leisten oh gott oh no doch mal was ist das alter wieso chasen mich verpläutert alter chillt immer eure eier mann come on come on digga Noo, renn nicht weg! PENTAKILL! Jaaaa! Hell, wow. F*** time. Nice. Von wegen Irelia ist nicht mehr gut, ey. Von wegen. Nice. Oh, ist gut, wenn U-U-U-U uns rein pusht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Kann sein, dass mein Jungler für Topset Club schauen will. Ja, will er. Dass wir müssen, äh, eigentlich pushen. Aber kriegen glaube ich jetzt hier den Push. Haben jetzt keine E gemacht, weil ich sonst CS gemisst hätte. Muss ich W-Skilln. Puff. Ah, shit, ich habe auszusehen einen zweiten Punkt in W reingepackt. F***. Na, okay. Ist nichts schlimm. Wir würden eh wie als zweites maxen. Das wäre schlimmer, wenn wir zwei Punkte in E hätten. Das wird nix mit dem Gang, glaube ich. Also, er ist ja jetzt U-Ulaugt geht auch Base. Ich glaube wir allden uns sogar Nina Tabi einfach. Naja! Noah und zu Land. Urgutt läuft auch zu Land. Zuer셨어요. Ugutt ist Mittelerpost wie etwashit. 10Sub especie einfacher wird. Oh невício Nioh. so im bart ist auf der seite in welch immer entweder gegen uhr oder setz spielen das heißt mit mir gegen die beiden halt bringen ein black lieber also ab dem wenn er black lieber hat 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 er noch mal noch mal gut pressure auf mich jetzt jemand sehr gut gespielt nice noch einmal ja mein guter trade eigentlich er hat immer noch ignited und da also davon muss man echt aufpassen aber er hat jetzt bald keine crafting coaches mehr wenigstens mit dem ocean break ist halt so kritisch man ok jetzt werden wir versuchen halt irgendwie jemanden in jungle food oder sowas zu nehmen hatte sowas für sowas sollte ich nicht gehen glaube ich sollte meine fähigkeiten einsetzen oh mein gott man das gast die champion das gast die champion die basen und tp'n ich glaube ich kann den tower saven noch das hätte ich besser machen müssen glaube ich really ok dann ist electrocuted denn herald hätte halt früher einsetzen müssen als tower platics noch da waren ich bin tot ich war eh tot mann ich musste das bartfurtel nehmen wir kriegen eigentlich so am sack wow die nelly stirbt nicht oder was das sieht nicht so gut aus das game jungs er wird es so ein boring chamber現在 gegen gegen urgo zu spielen und mit ugo zu spielen also als ugo zu spielen ist boring ich meine was war es was für eine link face alter wir fahren die ganze zeit und er drückt einfach bei meine qq q q q q ich kann nicht mit dem train weil zu tank ist und jetzt hat blick lieber und kann jeden kind im ganzen team wir sind eigentlich Was zur Hölle, Mann? What the fuck? Was geht ab? Ouch. Ja, mit seiner fucking Bramble, weil es geht full Armor. Holy shit. Was ist los? Mein Team ist wieder am sterben. Lower. UGOT Q ist undodgeable, Jungs. Halt, ich drück auf alle Fälle ne 9, what the fuck. Was haben die da schon wieder gemacht? Habe mich einfach im Tower geflaggt und gedeifed einfach. Ja, okay, das Game ist over, Mann. Naja, das Game ist over. Das Game ist over. Ich drücke ja, Jungs. Ach ja, ja. Gigi. Ich denke einfach, der UGOT hatte mehr Opportunities in dem Game, was zu machen. Weil im 1 gegen 1 war eigentlich... Naja, ich kann's ja nicht wirklich anders spielen. Naja. So ist es halt, Jungs. Naja. 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 Naja.